Hallo. Was kann ich für Sie tun? Sie kommen zum Sehtest. Da sind Sie bei mir genau richtig. Und Sie haben auch so eine Empfindungsstörung. Okay. Kann das sein, dass Sie vor ein paar Monaten schon mal hier waren? Ja, okay. Und es ist nicht wirklich besser geworden. Okay. Besser, aber noch nicht perfekt. Okay. Da kontrollieren wir heute bei Ihnen alle Werte. Wir machen so ein paar Tests auf der Haut und einen Sehtest machen wir auch. Und wir machen noch einen kleinen Hörtest. Also der Hörtest wird nichts Großes. Also das ist alles gar kein Problem. Da gehen Sie schon mal bitte ins Behandlungszimmer 2 und ich komme gleich zu Ihnen. Ja. Okay, das ist super. Nehmen Sie schon mal Platz und Sie können mal schon mal Ihre Jacke ablegen. Ich bin gleich bei Ihnen. Okay. So. Dann sagen Sie mir mal kurz, was Ihr Problem ist, damit ich das noch mal einordnen kann im Vergleich zum letzten Mal. Okay. Prima. Sehen ist besser geworden. Ja, das ist super. Ich habe ja gesagt, wenn Sie mir Ihre Vitamine nehmen, dann könnte es sein, dass Ihr Sehvermögen wieder etwas besser wird. Ich habe immer noch so Missempfindungen auf den Wangen. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich würde aber als allererstes mal einen kleinen Check mit Ihren Augen machen, wenn es Ihnen recht ist. Ja, da fangen wir mit den Augen an. Ja. Sie folgen jetzt einfach nur dem Licht. Okay. Ja. Prima. Halten Sie mal gerade den Kopf. Ruhig. Ich gehe mal ein bisschen näher. Okay. So. Okay. das klappt ja schon mal ganz gut das sieht doch alles ganz in Ordnung aus mit dem Lichtfolgen hat ja schon super geklappt und jetzt machen wir das noch mit meinen Fingern sie konzentrieren sich einfach nur ganz entspannt auf meine Finger und folgen immer meinen Fingern und lassen sie sich bitte durch nichts ablenken ok, ja, wir kriegen das hin perfekt zwei Finger genau und jetzt immer noch zwei genau, immer noch zwei drei vier von dem wir den Fingern folgen das machen sie richtig gut super jetzt haben sie richtig gut gemacht perfekt ja, ne, alles super hinter mir hängt eine Buchstabentafel und sie sagen mir jetzt immer welcher Buchstaben es ist also ob sie natürlich dahin lesen können oder nicht ok ja richtig genau wir gehen mal ein bisschen kleiner bestimmt ne, kein F gucken sie mal genau richtig bei E genau ne, kein N nochmal genau M bestimmt jetzt wird es ein bisschen schwieriger genau das ne, ne, ne kein B konzentrieren sich nochmal genau F da kommt B super also ich muss sagen ihre Augen haben sich im Vergleich zum letzten Mal sehr, sehr, sehr verbessert das freut mich sehr so jetzt machen wir noch einen klitzeklitzekleinen Farbtest ob sie Farben richtig sehen ja, ok warten sie gerade eine Sekunde ich hole die Farben ja dazu haben wir hier so einen Wurm auf in der Da starten wir mal. Das ist rot, das stimmt. Nächste Farbe. Das ist blau, das ist auch korrekt. Das ist grün. Grosch. Jetzt nochmal das. Perfekt. Danke. Das war's für heute. Das haben sie auch perfekt gemacht. Jetzt machen wir ein Glitzer. Glitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer-Klitzer. Klein hört es. Sie müssen immer sagen, ob Sie das Geräusch rechts oder links wahrnehmen. Okay. Ohren gespitzt. Bestimmt Lustig Genau, das war die andere Seite Korrekt und nochmal Jetzt mache ich es mal ein bisschen schneller Aufpassen Alles richtig, sie haben ein super Gehör, alles perfekt Klasse Da kann man nichts sagen Nochmal einen Test Okay Genau, das war die andere Seite Also alles bis jetzt Spitzend Ja, ne, freut mich total So Jetzt machen wir ein paar Tests in ihrem Gesicht Dazu werde ich Ihnen Ein bisschen Wasser ins Gesicht sprühen Und Sie sagen mir Wann Sie das Wasser gespürt haben und wo Okay Genau Wir starten Auf der Wange Das stimmt Nochmal Andere Wange Stimmt auch Jetzt Achtung Genau Genau Das war die Stirn Nochmal die Wange rund Perfekt Alles super Jetzt müssen Sie mal Ihre Augen schließen Denn Ich werde Ihnen jetzt mit dem Pinsel über die Wangen streichen Oder die Stirn Oder die Nase Oder das Skin Und Sie sagen mir Wo ich Sie im Gesicht berührt habe Okay Da fangen wir mal an Meine Liebe Genau Die Stirn 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 Jetzt nochmal die Stirn Die Stirn Nochmal die Wange Und jetzt nehme ich nochmal einen feineren Pinsel Mit längeren Borsten Die Stirn Die Stirn Das war die Stirn Die Stirn Das war die Stirn Ich glaube das war die Nasen Auch diesen Test haben Sie mit Bravour bestanden. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Geschmackstest. Ich habe hier verschiedene Proben drin. Nicht irritieren lassen, das ist in anderen Flächen drin, weil sonst würden Sie ja sogar fort erkennen, welchen Geschmack es sich handelt. Das ist nur Fake. Und ich kann hier unten drauf erkennen, was es ist. Aber sie nicht. So, da fangen wir mal mit dem ersten Geschmack an. So, machen Sie den Mund ganz weit auf. Noch ein bisschen weiter. So einen Moment. Noch einen Tropfen. Ne, probieren Sie noch mal. Das ist für einen Moment Zeit. Noch eine, okay. Wir haben Sie jetzt eine Idee. Genau. Das ist Kuhmelsch, das stimmt. So, jetzt der nächste Geschmack. So. Sind Sie bereit? Okay. Haben Sie einen Schluck Wasser getrunken? Zu neutralisieren. Ja, super. So. Bitte Mund aufmachen. Bitte Mund aufmachen. Gurke. Nee. Gurke. Da haben Sie sich von der Farbe irritieren lassen. Das ist keine Gurke. Schwenken Sie doch mal nach. Zitrone. Genau. Das ist doch viel säuerlicher. Ja. Achso. Sie dachten, so eine Quirzkurke. Ich dachte, Sie meinen Salatgurke. Nee, nee. Also das war, wie Sie ja dann doch richtig erkannt haben. Zitrone. So. So. Und jetzt, ähm, unser letzter Tester. Und jetzt, ähm, unser letzter Tester. Und jetzt. Und jetzt. Haben Sie es erkannt? Genau, das war Öl. Super, also auch Ihre Geschmacksnerven sind absolut einwandfrei. Also das hat sich im Vergleich zum letzten Mal verbessert und ich finde auch, dass Ihre Missempfindungen auf den Wangen viel besser geworden sind. Es könnte noch ein bisschen besser sein. Ich habe gemerkt an manchen Stellen, da haben sie sich ein bisschen schwer getan, aber im Großen und Ganzen ist es viel viel besser geworden. Also weiterhin Ihre Vitamine nehmen würde ich sagen und so wie das letzte Mal kommt es in drei, vier Monaten wieder und dann gucken wir uns das nochmal von vorne an. Ja, ne, alles, alles perfekt. Das haben Sie gut gemacht. Ja, dann tut es mir gefallen, gehen Sie gerade vorne an Dresen zu meiner Mitarbeiterin. Die gibt Ihnen einen neuen Termin. Wir haben jetzt Juli, August, dann kommen Sie so Mitte, Ende Oktober. November kann dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit und bis November. Ja, tschüss, auf Wiedersehen, schönen Gruß an Ihren Mann. Ja, tschüss. Vielen Dank.